So Leute, da sind wir beim nächsten Opening von Secret Layers und ich muss euch erstmal was zeigen. Ich verstehe nicht, warum wir hier Secret Layer Dungeon Dragons in Exhibition Adventure und hier Secret Layer Dungeon Dragons. Also, ich verstehe die Regelung nicht, die Wizards hat. Manchmal sind da Plastik drin, manchmal ist da Pappe drin, manchmal kriegen wir noch so Teile. Ich verstehe es nicht. Kann mir erst irgendwer erklären? Und damit gucken wir uns mal das Secret Layer an, über das ich gerade gemeckert habe. Secret Layer Dungeon Dragons in Exhibition of Adventure. Exhibition. Das klingt komisch. Ja, wir gucken uns dieses Secret Layer an, dieses Secret Layer, wo du mir zur Verfügung stellst, von sehr guten Freunden von mir. Ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt von Davide, von ihm seht ihr die ganze Zeit meine Thumbnails, oder von Michi kommt, weil die beide das zusammen bestellt haben und ich keine Ahnung habe, wer was bestellt hat. Dementsprechend, ja, von einem von euch beiden. Vielen, vielen Dank. Gucken wir uns mal an. Rules of the Fantastic Medieval War Games Campaign playable with Paper and Pencil and Miniature Figures. Oh, oh mein Gott. Das ist ja cool. Oh mein Gott, das ist ja geil. Also, don't get me wrong, ich finde die Verpackung gut. Ich mag die Umschläge auch, aber hier die, da können sie sich halt mal richtig auslassen. Oh mein Gott, ist die cool. Die Verpackung ist ja mal richtig nice. Alter, Alter, ist die cool. Ja, und dann haben wir wieder dieses klassische schwarze Inlay mit diesem goldenen anderen Inlay. Jawohl, Klassiker. Und mit einer gewählten Karte unten drunter. Und zwar haben wir da drunter, kann ich jetzt schon zeigen, Dark Deal. Drei Mana, jeder Spieler wirft alle Handkarten ab und zieht so viele Karten. Minus eine. Dungeon Master Guide Revisited 5 Edition Cover Art Sketch. Das ist also vom Dungeon Master gehalten Artwork. Und ich bin gespannt, was hier drunter ist. Das ist Dungeon and Dragons Supplement 1 Greyhawks 1975. So, gucken wir es mal an. Hier habe ich auch immer das Problem, dass ich hier die Karten ganz vorsichtig runter vonziehen muss. Weil die ansonsten teilweise kaputt gehen. Die lasse ich extra da drunter. Die ist eh schon gewählt, wie wir das sehen. Auch als Non-Foil. Aber es ist ein sehr, sehr cooles Artwork. Dark Deal. Sehr, sehr cool. Und eine gute Karte tatsächlich. Dann haben wir hier einmal die Karten zum Öffnen. So, und zwar haben wir, wie gesagt, Fall the Mighty. Das ist ja alle Kreaturen mit stärker als eine Kreatur unserer Wahl. Faithless Looting. Advanced Dungeon and Dragons Player Handbook von 1978. Dieses Dungeon and Dragons ist schon urig alt. Ist echt alt. Und es spielen Leute bis heute. So crazy. Mit einem echt coolen Artwork. Gold Span Dragon. Mega Artwork. Dungeon and Dragons Z1 Basic Rules Redbox. Was auch immer das ist. Was auch immer das ist. Ist es das hier? Das ist praktisch dieses Buch. Sehr cool tatsächlich. Also ich glaube, Dungeon and Dragons Fans werden das lieben. Und man muss jetzt auch dabei sagen, Magic Fans wahrscheinlich auch. Weil die Artworks von Dungeon and Dragons passen. Oh Wunder. Super krass. In Magic the Gathering rein. Reality Shift. Zwei meiner externe Kreatur. Der Beherrscher mit dem Fiestil über der Karte. Das ist Advanced Dungeon and Dragons Dungeon Master Guide 2. Edition 1989. Da war ich fast geboren. Da war ich fast geboren. Und okay. Monster Manual 3rd Edition aus 2000. Und zwar wirklich das Monster Manual. Das finde ich wiederum witzig. Das finde ich wiederum sehr, sehr witzig. Dass sie das Monster Manual mit einem Monster Manual abgedruckt haben. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Es sind echt eine Menge Karten auch drin. Oh mein Gott. Bist du hübsch. Wow. Ponder. Du hast drei Karten angucken. Drücklegen. Man kann es schaffen, wenn man möchte. Und danach zieht man eine Karte. Dungeon Master Guide. Ist das ein geiles Artwork. Oh je. Und ein Azarack. The Ark Litch. Dungeon Master 5. Edition. Wird im Legacy tatsächlich gespielt. Geht mit Aluren einher in ein Infinite Combo. Sehr, sehr, sehr coole Karte. Sehr coole Karte. Mit einem sehr coolen Artwork. Ja. Das waren alle Karten aus dem Dungeon & Dragons & Exhibition Adventure. Oh mein Gott. Die Artworks sind der Wahnsinn. Das ist so cool. Es sind vor allem so viele Karten. 2, 4, 6, 7, 8 Magic Karten. Für den selben Preis, wo man manchmal nur 4 bekommt. Und dann sind Wachen wie Goldspan, Dragon, Ponda und so weiter drin. Die auch wirklich viel Play sehen. Und sogar Faces Looting. Mega. Sehr, sehr cooles Vigilär. Wirklich, wirklich sehr, sehr cooles Vigilär. Und nochmal vielen, vielen Dank, dass ich das aufmachen durfte. An dieser Stelle einmal der Hinweis. Ich habe Patreon und ich habe YouTube-Membership. Ab 3 Euro könnt ihr mich monatlich unterstützen. Also euch zu den YouTube-Membern oder zu den Patrons zählen. Ihr kommt das gleiche bei rum. Ihr kriegt die gleichen Benefits. Ihr werdet demnächst auch irgendwann einen Patreon-Discord-Server haben. Da können dann auch natürlich die YouTube-Member-Leute mit drauf. Und ja, deswegen, wenn ihr wollt, könnt ihr mich ab 3 Euro unterstützen. Wie diese coolen Leute, die jetzt die ganze Zeit in meinem Gesicht rumfliegen, das getan haben. Und es auch weiterhin hoffentlich tun. Und das hilft mir immens. Also es hilft mir wirklich, wirklich krass. Und deswegen vielen, vielen Dank an alle, die das können und wollen. Wenn ihr das nicht könnt oder nicht wollt, kein Problem. Niemand ist gezwungen. Daumen nach oben. Liken, abonnieren und so weiter und so fort. Dafür würde ich euch dann eher zwingen. Aber nur, wenn das Video euch gefallen hat. Oder, wenn meine Videos generell euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Iblex8. Ciao, ciao.